Halleschön Leute, herzlich willkommen wieder bei Borderland 2 und ja, wir spielen weiter wie am Sonne heute den Rollen retten. Und ist was interessantes für mich? So sieht nicht aus. Ich würde viel mal verrecken. So, ich weiß Leute, ich nehme immer live auf. Immer wieder. Vielleicht komisch, irgendwelche Kommentare kommen, dann muss ich beantworten, nicht wundern. Ich finde die Waffen in Borderland 2 sind besser als in den nächsten Teil, sage ich euch. Da ist wahrscheinlich kommen jetzt was. Jo. Päckchen? Ne, da hab ich ja alles voll. So. Oh, scheiße. Zeit habe ich. Was für Zeit habe ich? Okay. Muss man ja merken. Bäh. Ich hoffe, dass nicht dieses scheiß Wachsneiber wird. Was für Boss habe ich ermordet? Tja, weil ich kann. Bin ich nicht so Nuppies wie ihr. Nicht Spaß. Okay. So. Lieber Roland. Es ist nicht zu übersehen, dass die Bloodshots, die ihr bekämpft brachiale Feuerkraft haben. Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Kauf bei mir ein und diese... Wenn du... Da komm. What? Na komm. Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht. Schauen wir gleich. Na, na. Diese... Fassliche... Elektronisch... Elektronisch... Explodiert. Das alles ist ein bisschen zu weniger. Tschüss. Alter. Hey, Junge. so jetzt schön ja bist du gut so wenn ich den robot da bin ich jetzt auch hier ja danke den robot ist sehr nützlich weil der kann jeden kill egal für ein bisschen entfernung und das ziel aus meinem kill er gehört mir im wunder so das haben wir mal sehen was ich warte mir weiter der mein robot ist gleich weg traurig aber es war so weil jetzt habe ich fest erst mal so weil ich wollte für auf muss reden wenn ich auch nicht zu reden werde nicht reden über den was klar oder irgendwas singen ich werde mir nicht zwingen zu reden ich will ich will nur hier vergeben wie ich spiele und ja weil früher habe ich gedacht wieso regnen auf muss wenn das macht mir keinen spaß ich will nur einfach spielen und euch zeigen was ich spiele ich habe ich 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 So So Der hat ist schon und der letzte Wenn er sich verschiebt hat er mehr chance Super leben als er ist Was Was für Arschlo So So da hast du deinen Beide So das haben wir Wir gehen weiter Das sind Spiel Lula Lula Es ist nicht zu übersehen Das die Krisen Raiders Die ihr bekämpft Brachiale Feuerkraft haben Wenn ihr eine Chance gegen sie haben wollt Werdet ihr euer Arsenal aufstocken mischen Ihr könnt eure männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten So, jetzt haben wir ja. Weil in zwei dieser Charaktere, finde ich, einen Charakter habe genommen, die Assassinen sozusagen. Finde, habe ich gefunden so, und war geil bei Naka, bei Dekan zu den Gegnern reinspringen sozusagen. Inbetrieben hinein, aber leider habe ich das zu spät herausgefunden, aber ja. Aber ist schon geil. Das Spiel ist schon geil, wie du magst, aber konnte besser sein. Haben wir was noch? Yolo. So. Nein. Ne. 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 Das will ich überhaupt nicht haben. Ne. 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 dort sehe ich oder versteckt sich ich glaube er versteckt sich das war nicht schlecht brenn brenn mein liebe freund so und bist du weg so gleich wieder sind der wer ab das freu mich also muss ich kurz mal habe ich pausiert wahrscheinlich finde ich gut so bis jetzt ist kein gegner da sind noch nicht wo seid ihr da ist einer weg weg mit dem müll weg damit du liebst doch jetzt nicht mehr da in wo soll die sein da ist ja 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 nächste bitte nächste bitte da oh der hat er nicht ha der sniper ist eigentlich da kann es besser so treffen da ist noch einer zack alter ist ja danke für die waffen ich weiß nicht wie viele waffen kann ich tragen aber ich vielleicht könnte es sein ich habe langsam irgendwie bock vielleicht nehme ich sogar eins oder zwei alle teile will die borderlands aufnehmen aber ab nächstem monat wahrscheinlich mache ich schon wieder pause mit borderlands und enden im monat roland roland ja 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 luke sauber so pistil haben wir schon barstraktest wird es behalten die scherben mache ich schon nice so lange aber ich muss schauen wo ist die schotty 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 schwächer schwächer ok das habe ich überhaupt also 21 ok ja ich bin doch gelag ab wo habe ich mich ausge... also hier habe ich angewandt das ist gut 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 bis hier kann ich machen... jetzt nein 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 Oh YOLO Das lügt bei mir. Komm schon. Na komm. Da willst du weg. Das mag ich. So Leute, ich werde sagen DAS was für diese Folge. Wir sehen uns im nächsten Video. Und bis nächsten Mal. Tschüssi. Säure Säure